So, hallo liebe Leute, das bin ich wieder dran, Andi von Superfit. Wir sind auf der Messe hier in Friedrichshafen 2013, muss ich sagen. Hoffentlich geht es alles gut mit euch. Ich wollte dir nur ein bisschen erzählen von unseren neuen Produkten, das kommt in dieses Jahr. Erst muss man aufpassen für unsere neue Schachtel. Also, das ist wunderbare Farben, alle Produkte liegen da drauf und das kommt in diesem Jahr, August, September. Auch neu für uns ist unsere neue Sandale und dieses Mal haben wir hübsche Farbe für Damen und auch für Herren, muss ich sagen. Und wir waren die erste Firma der Welt, das hat unsere Einlageform, das heißt, diese Form haben wir in so eine Sandale eingebaut. Das heißt, wenn man am Ende des Tags, wenn man geht nach Hause und die Schuhe aussieht, kann man auch Superfit im Haus auch tragen. Oder wenn man geht zum Strand und so weiter. Das bewegt in der richtigen Position, das hat gute Stärke, das heißt, das gibt gute Kontrolle und gute Unterstützung auch. Und was kommt auch im September dieses Jahr? Unsere neueste Einlage und diese Einlage ist unsere leichtste und auch unsere dünnste, kann man auch sagen. Und was besonders mit dieser Einlage ist, es passt in verschiedene Schuhe, das heißt, Schuhe, die sind sehr eng in der Mitte, so wie Turnschuhe, wie die neuen Minimalist-Schuhe und auch zum Beispiel in Fußballschuhe. Es passt ganz gut rein, es ist sehr, sehr dünn und diese Einlage, ich glaube, kann man sagen, ist die erste Sporteinlage echt mit Carbon innen drin gebaut. Das heißt, das gibt sehr gute Stabilität in dieser Passform, aber wir können das mit Carbon auch ganz flexibel machen. Und das kommt im September, im Oktober in diesem Jahr. Ich teste das in meinen Schuhen jetzt und ich muss sagen, das funktioniert ganz, ganz gut. Und auch in Zukunft, was kommt für uns, ist eine neue Kontrolle in die Einlage, das kommt von dieser Firma NXT und das heißt Old Puder Kontrolle. Das heißt, sehr interessantes Material, das die benutzen, das heißt Bakterien werden auf die Einlage, kann man sagen, so aufgesetzt und das nimmt das Geräusch vom Fuß und alles ganz schnell weg. Das ist ein wunderbares Material, ich würde empfehlen, vielleicht kannst du auf einer Website schauen und ein bisschen mehr Informationen davon haben. So, liebe Leute, vielen Dank wieder für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich sehen wir uns nochmal auf Easy. Ciao! ... ... ... ...